Das letzte Heimspiel war natürlich eigentlich wie ein Bilderbuch. Wir haben gewonnen. Mein Abschied war, ich habe gespielt, wir haben den Klassenerhalt feiern können. Ich konnte mich gut von den Fans verabschieden. Das war optimal. Und jetzt im letzten Spiel geht es natürlich darum, einfach nochmal den Fans, die auch auswärts mit nach Duisburg kommen, nochmal ein tolles Spiel zu zeigen und natürlich auch die Punkte einzufahren, um nochmal vielleicht ein paar Plätze klettern zu können. Letztendlich gibt es eigentlich nur zu sagen, dass man ein riesen Dankeschön rausgeben kann. Was ich hier alles erleben durfte, die Unterstützung bei Auswärtsfahrten und auch bei den Heimspielen war grandios. Auch in den schlechten Zeiten wurden wir top unterstützt. Auch damals, als ich wieder zum zweiten Mal zu St. Pauli gekommen bin, wurde ich toll empfangen, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Und deswegen einfach nochmal ein riesen Dankeschön. Und die Jahre, die ich hier hatte, die bleiben mir in absolut überragender Erinnerung.